Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer mit Episode Nummer 6 unserer Trainerkarriere. Heute steht an, ein Ligaspiel gegen Funchal und die Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. Das verspricht ein bisschen Spannung, hoffe ich zumindest. Schauen wir uns, bevor wir anfangen, mal die Tabelle an. Wir sind Platz Nummer 6 mit 9 Punkten und Sporting Lissabon Platz Nummer 1 mit 4 Punkten Vorsprung. Dann haben wir noch Vittoria, Benfica, Braga und Olha Nense vor uns. Also wir haben ein bisschen Konkurrenz da vorne. Ich hoffe aber, dass wir bei diesen Spieltagen hier uns festsetzen können, irgendwo in der oberen Hälfte. Jetzt geht es also gegen Funchal in der 23. Minute. Wijnaldum am Ball, der hat eine wunderbare Übersicht, sieht Iturbe. Der hat viel Platz, er läuft, wird ein bisschen am Trikot gezupft, zieht ab und Tor. 1 zu 0 in der 25. Minute durch Juan Manuel Iturbe. Ja, den habe ich heute mal spielen lassen. Kelvin verliert sehr viel, sehr schnell Ausdauer und war schon ziemlich kaputt. Deswegen hat heute mal Iturbe die Chance bekommen, sich wieder mal zu beweisen. Er hat ja bis jetzt immer gut gespielt, als er zum Einsatz gekommen ist. Und naja, hier steht es jetzt 1 zu 0. Mal gucken, was Funchal hier noch machen kann. In der 27. Minute kommt Varela über links. Er hat viel Platz, legt sich den Ball weit vor. Läuft rein, zieht ein bisschen nach innen. Jetzt wird er ein bisschen langsamer. Flankt rein auf Martinez. Und der köpft einfach locker flockig wieder ein. Boah, dieser Martinez, der ist echt nicht schlecht, muss ich euch sagen, Leute. Er ist 26 und wird sich vielleicht nicht mehr so viel entwickeln. Aber vielleicht entwickelt er sich ja doch noch ein kleines bisschen. Weil ein paar Sachen finde ich noch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen ist er ja ein richtig guter Spieler. Jetzt in der 45. Minute kommt Heldon. Flankt rein. Aber naja, meine Abwehr ist einfach zu stark. Also die Abwehr kann ich nur jedem empfehlen, der Karriere spielt. Mangala, absolutes Tier da hinten in der Verteidigung. Jetzt steht es 2 zu 0 zur Halbzeit. Der Schiedsrichter pfeift ab. Die Spieler gehen in die Kabine. Und jetzt sind wir mittlerweile in der 80. Minute. Varela am Ball. Lässt den Ball hier durch. Geht ihr auf die Außenflankt rein. Da steht Kelvin. Ein bisschen Getümmel. Der Ball kommt raus. Da steht Defur. Und der Ball geht rein. Er nimmt ihn. Volley wird glücklich abgefälscht. Aber Tor ist Tor, Leute. Das wisst ihr ganz genau. Und Defur hat heute auch mal einen Einsatz von mir bekommen. Denn der hat schon ein bisschen gemeckert. Seine Moral ging runter. Und naja, jetzt hat er sich vielleicht hier ein bisschen beweisen können für die Startelf in unserer Mannschaft. Da muss aber noch ein bisschen mehr kommen, Leute. Jetzt steht es 3 zu 0. Und jetzt sind wir in der 90. Varela auf Wijnaldum. Der hat hier ein bisschen Platz. Nimmt nutzt hier sein starkes Dribbling. Zieht nach innen einfach mal. Versucht hier mit dem Efe-Schuss. Ja, der war nicht so gut. Ja, aber in dem Fall ist es egal. Denn der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Wir haben unser erstes Ligaspiel der heutigen Folge. 3 zu 0 gewonnen. Souverän 3 zu 0 gewonnen. Der Herr schon wieder ohne Gegentor. Ja, das gefällt ihm natürlich. Auch wenn es ihm vielleicht ein bisschen zu langweilig ist. Jetzt geht es aber weiter in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam. Momentan hat Feyenoord 0 Punkte noch. Und wir haben, glaube ich, schon 6. Ja, 6, glaube ich. In der 45. Minute. Es hat lange gedauert, bis irgendwas passiert ist. Passt hier auf Azevedo. Und es passiert in der ersten Halbzeit gar nichts. Das wollte ich euch mit dieser Szene zeigen. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Weniges passiert. Gar nichts eigentlich. Es war ein Abtasten. Feyenoord hat gut dagegen gehalten. Hat gut verteidigt. Und Porto kam auch nicht so wirklich vor das Tor. Jetzt haben wir aber schon die 51. Minute. Vinaldom am Ball. Nutzt hier dieses Dribbling. Zieht nach innen. Zieht ab mit links und Tor. Was für ein Hammerding. Vinaldom hat halt 5 Sterne schwacher Fuß. Und das hat man hier auch deutlich gemerkt. Mit ihm kann man, egal mit welchem Fuß, abziehen. Und das macht ihn auch so stark. Wahnsinns-Typ, der Kerl. Das war eine richtig geile Verpflichtung, finde ich. Und hier hat er es nochmal bewiesen, dass er auch Tore schießen kann. Er hat ja mittlerweile schon ein paar Dinger geschossen. Und ja, 1-0 in der 53. Minute für den FC Porto. Jetzt sind wir aber auch schon wieder in der 90. Minute angelangt. Und jetzt schaut euch mal diesen Lauf von Iturbo an. Er hat hier oben die Lücke gesehen, dass er viel Platz hat. Ja, was macht er jetzt? Wird langsamer flankt rein. Alexandro kommt nicht dran, leider. Und jetzt ein kleiner FIFA-Fail. Ich schiebe ihn hier irgendwie weg, aber ungewollt. Und Fernando am Ball, er versucht den Ball hier nochmal rüber zu chippen. Das hat aber alles nichts genutzt, denn der Schiedsrichter pfeift jetzt ab. Es war ein enges Spiel. 1-0 haben wir es nur entscheiden können. Natürlich hätte mehr gehen können von den Toren her. Aber Leute, drei Punkte gesichert. Und darum geht es ja. Egal wie man gewinnt. Hauptsache die drei Punkte sind im Sack. Wir setzen uns also weiterhin ab von der Tabelle bei der Champions League. Hinter uns jetzt Manchester City, Feyenoord und Udine. Es war also ein souveräner Spieltag für uns. Und es war eine kurze Folge, denn das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Aber ich habe euch ja gesagt, ich schneide nur die Tore rein. Und so werde ich das auch in Zukunft machen. Und ich hoffe trotzdem, dass euch diese kleine, aber feine Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Huxenbayer.